So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Wrath of the Diching Classic in der Version 3.4.0. Wir sind beim Questen in der Boreanischen Tundra, sind hier außen am Strand und sind bei König Mogel Mogel und nehmen die Quest, er gebt euch nicht an. Und dort ist die Quest, König Mogel Mogel in der Zuflucht der Winterflossen möchte, dass ihr ihm die Klaue von Klaximus bringt. Gibt es mehrere Items wiederzuholen, keine Verbesserung für mich. Gibt es noch einen Abenteurerbedarf von Norden, das gab es damals übrigens nicht, um nochmal klarzustellen, das ist jetzt neu in Wrath of the Diching Classic. Wir bekommen 10 Gold, 38.100 Erfahrung, nehmen die Quest jetzt mal an. Und müssen, glaube ich, soweit ich weiß, in diese Höhle jetzt rein. Und dann geht es mal rein. Und da können wir uns in dieses lustige Moloch-Kostüm hier stecken. Ich mache ein schönes Geräusch. So, machen die Molochs immer. Und dann begeben wir uns direkt mal zu dieser Klaue. So sehen auch viele Menschen aus heutzutage. Ja, wie so ein Moloch. Guck mal, der hat so einen rausgesprungenen Auge. Na, immer wieder interessant, was man so entdeckt. Wenn man mal genauer drauf achtet, was man da so anhat. Da ist Klaximus. Und wir gehen jetzt wieder in unsere Eulenform. Und greifen mal den Klaximus an. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und tot ist er. Halten hier die Klaue von Maximus, äh, Klaximus. Wir machen uns einfach wieder in Moloch-Kostüm. Müssen wir nicht kämpfen. Kommen wir relativ schnell raus dann. Und springen uns mal irgendwie wieder raus. Durch die Höhle. Und dann springen wir uns mal wieder raus. So. Hier wieder hoch. Und dann sind wir auch gleich wieder beim Ausgang. Da. So, gehen wir dann in Flugform. Fliegen rüber. Abgabe wieder bei König Mogel-Mogel. Ergebt euch nicht. Und damit haben wir, Klaue von Maximus haben wir ja jetzt. Damit haben wir diese Quest auch gleich abgeschlossen. Gucken noch, was am meisten Gold wert ist. Diese Rosen. Den Abenteuerbelauf. 10 Gold. 38. Ja, und damit ist die Quest vorbei. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.